Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Hashtag SpeedTube In der heutigen Episode TikTok-Lock, oder kurz TTC Der Run-Killer schlechthin in diesem Game Ihr wisst schon, dieses riesige Uhrwerk-Ding, wo man mehrfach hochklettern muss, um verschiedene Stars zu collecten Und in welchem sich, meiner Meinung nach, das wahre Gesicht von SM64 zeigt Aber dazu mehr im Video Much fun mit dem Run und let's go Oh mein Gott TikTok-Lock, TTC, der Run-Killer des Games Neben Rainbow Road, was Sie auch noch sehen werden im nächsten Video Aber erstmal hierzu TikTok-Lock, wo ich mich sehr schwer getan habe, eine 100-Coin-Route rauszusuchen Fun Fact Ja, ich habe... Das ist der Grund, warum... Also ich habe das Video hier, was Sie heute sehen werdet, am 3.12., für den 2.12. geplant Aber weil ich mich hier mit den Coins so schwer getan habe, habe ich es auf den 3. verschoben Well... Wirft etwas meine Planung für den Dezember durcheinander, aber... Kann man wirklich sowas vorhersehen? Kann man wirklich sowas vorhersehen? Wie viel Practice diese Stage braucht? Ich glaube, das ist bei TTC schon irgendwo vertretbar. In every case, wir haben 15 Coins von den 100 Coins und die 100 Coins da unten in dieser Stage. Echt lange! Echt lange! Vor allem, weil es eine komplizierte, verworrene Map ist. Und ja, ich auch sehr lange schauen musste, wo die Coins sind. Hier sind 5 Coins. Von diesen 5 Coins, wenn man am Anfang nichts in einem Block, ähm... In dem wir vorbeigelaufen sind... Zerbricht, wo noch mal 3 Coins drin sind. Da braucht man da 4 von den 5. Ich habe mal 5 genommen, vorsichtshalber. Und jetzt hier die Blue Coins. Von dem bräuchten wir alle. Okay, funktioniert. Dann hier wieder rüber. Und ich habe im Intro angekündigt, dass das hier der Run sein wird, wo Mario 64 sein wahres Gesicht zeigt. Wird es, wird es, wird es. Wart es ab. Es gibt hier ein paar Momente, wo man sich wirklich denkt, wie sowas passieren kann. Aber es ist Mario 64, also... Nein, diesen Moment meine ich jetzt nicht. Wo dieser Warjump denied wird. Aber nein, nein, den Moment meine ich nicht. Äh, 58 Coins. Jetzt hier kommen wir zu der Stelle, wo... Sideflip, Warjump... Nicht ganz. Da hat der Winkel nicht gepasst. Nochmal der Winkel nicht. Hier passt der Winkel. Und jetzt brechen wir... Ja, 68 Coins. Einjump. Hier aufs Zweite. Aufs Dritte. Äh, Fließband. Ja, Fließband. So war das Wort, wonach ich gesucht habe. Hier die Box. Hier die drei Coins. 71 Coins. Und dann müssen wir noch hier rüber. Und dann gibt es hier oben... Also, wir sind am obersten Rand der Stage. Dann gibt es hier drei Blöcke. Mit jeweils zehn Coins. Was es einfacher macht. Hier auf den Oval... Auf den Rectangle. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Äh, war ein Block. Dann hier jetzt ein Block. Den wir jetzt zerbrechen. Und die Coins collecten. Äh, und einmal ganz... Oh, wirklich ganz oben. Noch ein Block. Und dann hätten wir... Auch schon das. Nur einmal an diesen Dreiecksdingern hier vorbei. Und auf den Zeiger aufpassen. Okay, das war... Äh... Ja. Das war schlechtes Timing. Egal. Äh, zwei Minuten und 40. 2,42. Und wir haben unseren ersten Star. Ich glaube, es ist mit der längste, äh... 100 Coins Star in diesem Game. Ah, ich weiß, wie Rainbow Ride aussieht. Rainbow Ride ist noch länger. Wenn man die, äh... Skips nicht kann. Was ich in meinem... Casual-like-Skill-Level nicht unbedingt weiß. Also, noch... Ich weiß, dass es einige Skips in Rainbow Ride gibt. Aber ausführen ist eine Sache... Ist, ist, ist... Ist nochmal was anderes. Ausführen kann ich die nicht, weil... Nicht genug... Erfahrung in dem Game. Ich meine, wenn ich auch nur so auf Casual-Ebene das... Nur so halb hinbekomme. Okay. Zwei Stars nach... 3,20. Okay, okay. Haben wir das geklärt? Das war der anstrengende Teil. Jetzt kommt der zweite anstrengende Teil. Die... Red Coins. Nein, ich mach nicht die Moving Reds. Ich mach nicht die bewegenden Reds. Das wäre... Anders... Anders insane. Ein bisschen unpassend hier eigentlich, weil... Die... Jetzt hier stillstehenden Reds... Das ist, äh... Ja... Ihr seht's... Das kann auch sehr schnell anstrengend werden. Machen wir die Reds zuerst, hab ich mir gesagt. Machen wir die Reds zuerst und dann das. Vielleicht hätte ich die Reds doch zum Schluss machen sollen. Okay, vier... Vier Red Coins. Komme ich jetzt da hoch? Please. Okay. Jetzt... Back. Okay. Fünfte Red Coin. Äh... Sechste Reds... Und ich falle wieder runter. Machen wir Red Coins zuerst, hab ich gesagt. Das wird einfacher, hab ich gesagt. Habe ich mir wirklich gesagt, als ich den Run hier aufgenommen hab? Wirklich, true story. Ja... Und scheinbar funktioniert's gerade echt nicht. Soviel zu Reds sind einfach. Also... Stillstehende Reds, nicht Moving Reds. Moving Reds ist nochmal was ganz anderes. Machen ja zu... Zu... Mit guten Gründen nur Top Runner. Okay. Das hat viel zu lange gedauert, aber wir haben's trotzdem. Drei von sieben. Reds, over, Ende. Müssen wir nicht mehr machen. Soweit, so gut. Drei von sieben Stars, fast die Hälfte. Kommen wir zum nächsten Star. Und natürlich machen wir jetzt die restlichen Stars, während sich nichts bewegt auf dieser Stage, weil es so einfacher ist, äh... Sich... Und da sind wir beim ersten Beispiel, was... Wie Mario 64 wirklich drauf ist. Weil das gerade hat echt keinen Sinn gemacht. Eine Invisible Wall. Eine Random Invisible Wall. Ich weiß, das kommt öfters vor in diesem Game. Aber... Come on, muss das sein? Denk ich mir jedes Mal, besonders in TTC. In TTC, äh... Passiert das gefühlt öfters, als in jeder anderen Stage. Jetzt in jeder anderen Stage. Hier gibt's mehr Invisible Walls, die aus nichts auftauchen, als sonst irgendwo gefühlt. Ja... Well... Wo war ich grad? Ach ja, ich geh immer bei, äh... Bei der stillstehenden Uhr rein, also bei voller Stunde. Wenn, äh, in der Overworld, im Castle, das auf volle Stunde steht. Weil es so einfacher ist mit dem Movement und dir nix wirklich im Weg steht und nichts wirklich unberechenbar ist, weil du alles so ungefähr berechnen kannst. Auf, ähm... Auf Jump'n'Run-Ebene. Auf Jump'n'Run-Ebene, genau. Wieder hier. Normal. Das gerade war aber auch ein Star, der überraschend einfach ging. Weil eigentlich hört man den auf eine ganz andere Weise. Nur Speedruns halt, Speedruns und Speedruns-Stats, die mag ich. Bei, bei manchen Stars, bei manchen Stars mag ich die Speedruns-Stats wirklich. Weil die relativ schwierig aussehen, aber komplett easy sind und nur ein Move is basically. In anderen Stars wiederum frage ich mich, wie zur Hölle man das machen soll. Bestes Beispiel, äh... Sowas halt. Obwohl, das ist auch nicht so schwierig. Bestes Beispiel hier die 100-Coins. Keine Ahnung, wie man hier eine gute Route raussuchen soll zu den 100-Coins. Den Stararm, ja, hätte auch etwas schneller gehen können mit den Warjump. Hätten nicht drei Tries, äh, hätte sein müssen. Aber bis jetzt ganz in Ordnung, bis jetzt ist in Ordnung. Dieser eine... Ist in Ordnung. Nicht zu gut, nicht zu schlecht. Ähm... Wie viele Stars haben wir jetzt? Ich glaube, zwei fehlen noch. Ja, zwei müssten noch fehlen. Dieser eine... Ja, genau. Auf dem Weg zu... Ganz nach oben. Und dann... Der andere in der Box. Genau. Na, halb geöffnet in der Box. Wir sehen welchen Starry zuerst schon. Und ich tue so, als ob ich nicht wüsste welcher es ist. Alles Blue Content. So, also hier lang wird der normale Weg, wie man es kennt. Ja, hier nicht runterfallen, ist mir auch mal passiert. Ja, hier passiert allmöglicher Shit. Hier passiert alles, was man sich denken kann. Alles, was man sich denken kann. Äh, da kann man nicht rüber. Dann hier auf die Plattform zuerst. Und dann hier den Wall Jump, um auf die... Auf den Kreise rauf zu kommen. Und dann darüber... Das ist nicht dein Ernst-Game. Das ist nicht dein verdammter Ernst-Game. Come on. Come on, 64. Sei nicht so. Was... Was war das gerade? Die zweite ein bisschen bevor in diesem Run. Out of nowhere. Spuren noch mal zurück und schaut euch das in Zeitung an. Das macht gar keinen Sinn. Die eigentliche Hitbox war fünf Jahre gefühlt entfernt. Ich hasse dieses Game dafür wirklich. Dieses Game ist ein Hassliebe. Zwischendurch habe ich es wirklich angefangen zu mögen. Mit Retrials und Snowman's Land. Aber... Sowas erinnert mich wieder, warum ich mich schwer tue mit diesem Game. Warum passiert sowas? Warum muss sowas sein? Ja, das Game ist von 1996, aber... Warum muss sowas sein? Warum müssen random, invisible walls auftauchen in der Stage? Es ist triggernd. Und es ist genau das, was man mit TTC erwartet. Dieses Uhrenwerk. Okay. Try this again. Hier hin. So hard. Dem Wall Jump auf den richtigen Winkel. Jetzt deny mir nicht mehr Wall Jump. Dankeschön. Jetzt hier rüber. Keine invisible Wall. Und der Rest ist eigentlich geschenkt. Hier einmal Wall Jump. Sich da festhalten. Und zwei Jumps. Dann ist man beim Star. Und ein Star fehlt uns noch. Und mir fällt gerade auf. Sub 10 ist für TTC eigentlich komplett free auf meinem Pace. Komplett free. Diese zwei Devs runtergerechnet. Plus die Probleme bei, äh... Die Red Coins. Plus der Wall Jump zu den... Speziellen Star, wo da auch der Blue... Blue... Äh... Blue Coins Scheiter ist. Wenn man das alles rausnimmt. Sieben, acht Minuten Save. Also insgesamt dann die End Time. Leider sind wir schon bei 10 mit diesem Problem. Aber ich wollte auch genau zeigen, wie das... Wie das laufen kann. Wie ein Speedrun von Mario 64 laufen kann. Wie sehr es eskalieren kann. Und dass du... Als Spieler dafür schuld bist. 10,21 Final Time. Und ich verabschiede mich für den Run. Bis zum nächsten Mal. Bye.